In diesem Video sehen wir uns jetzt an, wie wir mithilfe der Seriendruckfunktion Umschläge erstellen können. Dazu verwende ich wieder meinen Excel-Demo-Kontakte-File, in dem wir lauter fiktive Personen haben und eben Nachname, Vorname, Adresse etc. abgespeichert haben. Dieses File werden wir als Grundlage verwenden, um unsere Umschläge zu erstellen. Dazu wechsle ich wieder auf Sendungen und wähle hier oben Seriendruck starten aus. Dazu verwende ich jetzt die Umschläge. Wir haben dann die Option, hier festzulegen, welches Umschlagformat wir verwenden. Standardmäßig ist das das DL-Format. Wenn ich hier etwas umstelle, dann sehen wir immer hier unten die Vorschau, die sich anpasst und es ist natürlich extrem hilfreich für uns, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, welches Format wir verwenden. Wir haben dann noch die Option, hier festzulegen, wo unsere Empfänger- und Absenderadresse auf dem Umschlag platziert werden soll. Theoretisch ist das Ganze hier aber standardmäßig korrekt für die deutschen Umschläge. Wenn man jetzt irgendwie international etwas verwendet, muss man da einfach nochmal gucken, welches Format da verwendet wird. Wir könnten dann natürlich auch hier Schriftart, Größe etc. anpassen. Ich würde das jetzt für dieses Video aber einfach bei den Standardoptionen belassen. Ich drücke also OK und dann sehen wir hier, hier ist schon mal direkt meine Adresse eingegeben. Wenn ihr hier einfach keine Adresse angegeben habt, dann könnt ihr die aber natürlich nachträglich verändern. Ich zoome etwas raus, damit wir das Ganze besser sehen können. Und dann wollen wir jetzt nämlich hier unser Empfängerfeld einfügen. Dazu wählen wir hier oben die Option Seriendruck starten, Empfänger auswählen, vorhandene Liste verwenden und dann empfiehlt es sich natürlich, dass man ein Excel-File verwendet, weil man das hier am einfachsten machen kann. Ich importiere die Tabelle, drücke OK und dann sieht man, es passiert erstmal nichts. Nur die ganzen Optionen hier oben werden aktiviert. Wir fügen dann den Adressblock ein und können hier auswählen, in welchem Format wir das Ganze haben möchten. Wir haben dann die Option, weitere übereinstimmende Felder festzulegen. Wenn beispielsweise in unserem Excel-File das Ganze nicht Ort heißt, sondern Stadt, nicht Adresse, sondern Straße und Hausnummer, dann ist das überhaupt kein Problem und wir können das super einfach anpassen. Wir weisen Ort, also Stadt zu, Adresse 1 wird Straße und Hausnummer. Wir drücken OK und dann sehen wir hier die Vorschau, alles passt jetzt. Wir können uns hier auch durchklicken. Es ist für alle übernommen. Wir drücken OK und für uns wird jetzt hier die Adresse eingefügt. Wir könnten das Ganze noch weiter ergänzen, indem wir wirklich sagen, hier oben Seriendruckfeld einfügen und dort haben wir dann einfach die Überschriften aus unserer Tabelle, also die einzelnen Spalten und könnten jeweils den Wert einfügen. Wenn wir uns die Vorschau anzeigen lassen wollen, dann können wir das hier bei Vorschauergebnisse machen und wir sehen jetzt hier, alle unsere Kontakte wurden übernommen, die Absenderadresse passt und wir können das Ganze fertigstellen und zusammenführen. Wenn wir jetzt sagen, ich hätte lieber, dass die Adresse rechtsbündig ist, ist das überhaupt kein Problem. Wir können einfach das Ganze hier markieren, auf Start wechseln und dort einfach den Absatz rechtsbündig ausrichten. Dann sieht das Ganze etwas aufgeräumter aus und wir können unsere Umschläge fertigstellen und zusammenführen. Wir könnten die jetzt einfach direkt drucken oder aber als eine Word-Datei zusammenführen und wenn ich auf einzelne Dokumente bearbeiten klicke, passiert genau das. Es wird eine neue Datei für uns angelegt, in der wir dann individuelle Anpassungen vornehmen können. Wenn ich jetzt nochmal rauszoome, dann sehen wir, dass alle unsere 40 Kontakte einen Umschlag zugewiesen bekommen haben und wir mithilfe unseres Excel-Files das Ganze super einfach und vor allem schnell automatisieren können. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Word oder Microsoft 365 allgemein lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Office-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich auch freuen, dich dort wiederzusehen.